Hallo zusammen, hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit Systemen, Numerologie, Astrologie und dem Human Design. Heute schauen wir einfach ganz unvoreingenommen in die Karten. Ich arbeite hier mit dem traditionellen Tarot heute und wir möchten gerne wissen, wie wird es im Monat August? Und ich werde euch alle Botschaften aus den Karten interpretieren, lesen, wie sie mir reinkommen. Vielleicht bekomme ich auch sehr philosophische Botschaften rein, die auch nochmal über den August gehen, also die lebensübergreifend sind. Wir sind sehr offen und voreingenommen, wie gesagt, denn Spirit möchte ja durch uns sprechen und für euch soll es die Botschaften geben, die wirklich relevant sind, die auch transformativ zum Positiven sein können. Ja, herzlich willkommen für alle, die hier neu sind auf meinem Kanal. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen hier. Macht's euch gemütlich und für alle, die schon lange dabei sind, einen herzlichen Gruß an alle, die hier weiterschauen. Ich mische natürlich hier live. Was heißt natürlich? Jetzt diesmal mische ich live. Kann auch immer noch ein gültiges Orakel sein, auch wenn Leute jetzt nicht live mischen, sondern schon vorgemischt haben. Ich mische halt live und wir gucken einfach mal. Macht euch schwer, erdet euch. Dieses Erden kann auch wirklich sein, dass wir, also ja, das ist auch schon sehr gut, wenn wir wirklich uns schwer machen. Wenn wir auch mal wirklich loslassen, also alles so Richtung Boden einfach fallen lassen, wirklich so auch uns entspannen. Das ist auch schon Erdung. Ich sage das so gerne, weil viele Menschen heutzutage sind nicht wirklich geerdet. Wir sind oft gestresst, hetzen von einem Termin zum nächsten, ja. Je nachdem in was für einem Leben, naja, du jetzt gerade steckst. Macht's euch gemütlich, wirklich. Ich weiß ja nicht, wie du das Orakel schaust. Ja, und vielleicht guckst du auch Zwischentür und Angel. Ich mache das auch manchmal so beim Kochen oder so. Ich habe jetzt hier eine schöne Tasse Tee vorbereitet. Dieses Video ist ein reines Orakel-Video. Ich mache auch Musik-Orakel und habe auch schon den Song, die Botschaft, die Songbotschaft für den Juli für euch gezogen in einem anderen Video, was ich vorher schon gemacht habe. Und zwar, ich bin auch Künstlerin und Sängerin und lebe hier quasi so mein Herz, meine Herzensleidenschaft für euch, die Musik plus die Spiritualität. Und ich habe ein Musik-Orakel gemacht. Verschiedene, ganz verschiedene Musikrichtungen hier. Ich singe sehr verschiedene Musikrichtungen von Klassik-Bitch bis Jazz, von Jazz bis Pop, indische Mantren, alles Mögliche ist hier drin. Heavy Metal-Growl ist hier drin, alles. Das ist ja meine Stimme. Ich bin da im Moment sehr ehrgeizig. Ja, man muss auch ein bisschen auf sich aufpassen. Hier sind die verschiedensten Stücke drin und zwar auch die verschiedensten Songtexte, weil wir interpretieren ja in einem Orakel verschiedene Energien. Also gute sowie schlechte, sage ich jetzt mal ganz salopp, um so ein bisschen einzugrenzen. In einem Kartendeck, ob du jetzt das Lenormand-Deck nimmst oder ob du mit Tarot-Karten legst, das spielt keine Rolle. Wir haben ja immer positive Karten und so nicht so positive, eher negative. Einfach damit das Ganze, die ganze Klaviatur der Energien des Lebens quasi entschlüsselt werden können. Das heißt, es gibt ja kein gescheites Orakel ohne auch negative Seiten, weil das Leben ist ja auch nicht nur Ponyhof, sage ich mal. Und hier haben wir halt die verschiedensten Geschichten. Also Lieder erzählen uns ja auch Geschichten und diese Geschichten interpretiere ich für euch. Also das heißt, wir haben hier einen Riesensack an Songs. Diese Stücke, die sehen alle gleich aus. Das sind halt solche weißen Posts, wo ich die Stücke aufgeschrieben habe. Und hier habe ich auch die Mappe mit Texthilfe für mich. Das ist nicht unbedingt mein Repertoire, sondern tatsächlich das Repertoire für das Orakel. Ich habe jetzt nicht einfach die Stücke genommen, die ich aufwendig kann, sondern welche, die echt ins Orakel passen. Damit wir auch wirklich eine Bandbreite an Geschichten, also ihr wisst, was ich meine, an Szenarien haben. Das Szenario ist ein gutes Wort hier in dem Zusammenhang. Im zweiten Video bekommst du dann auch das live gesungene Stück von mir. Zuerst singe ich das Stück und dann interpretiere ich den Text mit euch. Ihr könnt natürlich selber mitinterpretieren. Und wenn euch noch eine Deutung für euch persönlich einfällt oder generell, dann könnt ihr das auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Genauso freue ich mich über Kommentare jetzt auch natürlich zu dem Orakel, falls es mit euch resoniert hat oder auch nicht oder wie auch immer. Das kann natürlich auch. Es ist halt ein allgemeines Orakel. Da wird jetzt viel resonieren, weil du halt auch intuitiv hierher geführt worden bist, sage ich mal. Aber es muss auch nicht, weil wir sind in einem kollektiven Reading. Ich benutze heute das Universal Tarot, das ist das traditionelle Tarot, aber halt als Universal Version. Und das Dark Fairy Tarot aus dem, habe ich vergessen, Verlag. Ich habe schon hier das Okay bekommen von den Karten. Los Carabeo, aus dem Los Carabeo Verlag ist das Dark Fairy Tarot. Die erste Karte ist hier so die signifikante für den Monat August. Um was geht es da? Oh, um Aggressionen. Also hier sind Aggressionen entweder in deinem Umfeld, wo du vielleicht Menschen triggerst. Wenn du das jetzt so hörst, manchmal müssen Menschen mal getriggert werden, damit sie mal ein bisschen aus dem Push kommen. Das heißt, manchmal ist es auch gut, wenn wir mal jemanden triggern. Manchmal kann es aber auch sein, dass das problematisch ist, wenn wir jemanden triggern. Das ist ja erstmal so die erste Karte, die mir hier reinkommt. Weiter kann es auch sein, dass das deine eigenen Aggressionen sind. Oder wir haben Aggressionen in irgendeinem Sinne, die wir uns nicht ganz eingestehen. Das hat überhaupt gar nichts mit Unehrlichkeit oder Selbstlüge zu tun unbedingt. Manchmal ist es so, wir haben irgendwie Wut in uns. Gerade für die Leute, und da lasse ich gerne auch mal in die Deutung, weil das Human Design mit einfließen. Das fließt auch nach Bestellung. Du kannst natürlich auch gerne ein allgemeines Reading haben für dich. Also da könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Unten steht meine E-Mail-Adresse micheldirelle.gmail.com und ein privates Reading für dich buchen. Beziehungsweise einfach erstmal mich so anfragen per Mail, wie das funktioniert. Das ist überhaupt noch gar keine Bestellung oder sonst was. Oft schreiben mir die Leute schon vorab einen Schwank aus ihrem Leben, was gut ist. Wenn es kein ganzer Roman ist, aber so ein bisschen was lese ich gerne von dir im Vorfeld, dann kann ich dir zum Beispiel auch eine Methode anbieten. Also ich arbeite mit den Karten, tue aber auch die Zahlen miteinander kombinieren. Also quasi deine Geburtszahlen. Aber das kann man dann absprechen, je nachdem, was für ein Problem du hast oder Thema du hast. Problem, sage ich ungern, sagen wir Herausforderungen. Also einfach für alle, damit ihr Bescheid wisst, unten ist, meine E-Mail-Adresse für alle Fälle. Genau, also das ist hier auf jeden Fall eine Aggression. Was mir auch voll reinkommt, ist so, Leute ignorieren dich, weil du sie triggerst. Oder Leute ignorieren dich, weil irgendwas in dir, sie agieren jetzt nicht aus. Im Grunde, also im Sinne von die Leute in deinem Umfeld. Das ist einfach alles, was mir intuitiv reinkommt. Du musst halt prüfen, inwieweit das dann auf deinem Leben passt. Dann im August, das ist halt wie gesagt ein allgemeines Reading. Ich sage, freischnauze tatsächlich, was mir hier aus den Karten reinkommt. Die Leute fühlen sich getriggert von dir, sind aber, lassen ihre Aggressionen so oder das, was in ihnen Wut auslöst. Das kann auch einfach Wut sein. Ja, Aggression ist gleich so ein böses Wort. Also es muss nichts Schlimmes sein. Aber sie agieren das nicht an dir aus, sondern sie ignorieren dich. Ja, auch nicht so schön, aber besser als jetzt ein schlimmeres Szenario. Naja gut, aber das ist jetzt die erste Karte. Wir schauen auch natürlich jetzt gleich, was kannst du tun. Wie kannst du den Monat dir toll machen. Vielleicht musst du das Umfeld wechseln. Oder vielleicht kannst du, naja, nach und nach, nach und nach irgendwie aussortieren und austauschen. Wer nicht lernt, der kann doch ausgetauscht werden. Also ich finde dann immer so, wenn die Leute sich nicht, also wenn du einfach deinen Weg gehst und irgendwo andere inspirieren könntest. Andere sich aber von dir wütend fühlen oder so, ich sag mal, getriggert fühlen. It's not your problem, baby. Weißt du? Was haben wir noch? Ja, 3D-Kelche. Wahrscheinlich, naja, ihr kennt viele Menschen. Vielleicht arbeitet ihr mit vielen Menschen. Vielleicht gibt es viel Kontakt insgesamt. Vielleicht gibt es viele Menschen, die irgendwie, ja was weiß ich, dich auf Social Media verfolgen oder so. Oder wenn nicht, dann im Freundeskreis, im Bekannten, im Kollegenkreis. Du kennst halt viele Menschen. Das bedeutet, wenn man viele Menschen kennt, 3D-Kelche, dann kennt man tolle Menschen und auch nicht so super. Aber da man jetzt viele Leute kennt und die 3D-Kelche an sich eine positive Karte ist, schauen wir mal, was kennst du denn für Leute? Ja, ja, das sind so Lästerbacken. Die fühlen sich getriggert. Du weißt nicht, dass ein Generator deswegen aufhören soll zu leben, nur weil die wichtigen Dinge meist durch Einladung kommen. Das wird sehr oft zu dogmatisch interpretiert. Du sollst schon auf dein Gefühl hören. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, Leben, dann lebe. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das stimmt jetzt eigentlich nicht mit meinem Körper überein, das kommt mehr aus dem Kopf, dann warte. Also es ist, wir können das nicht so einfach überein, manchmal wurde man schon eingeladen und man kann sich nicht mehr so erinnern, weil man hat es nicht vom Kopf her als Einladung interpretiert. Also das Leben ist nicht so einfach, man muss immer auf sich hören. Das ist auch meine jahrelange Erfahrung und wenn du darin Hilfe brauchst, wie gesagt, ich stehe dir immer zur Verfügung. Ihr könnt mir wirklich immer schreiben, der persönliche Kontakt, der wird dann sehr, sehr bald vonstatten gehen. Klar, ich bin auch am Arbeiten und schaue einfach, dass ich dich dann natürlich mache, auch Platz für euch, für die Beratung, ganz klar. Aber länger als drei Tage auf ein Reading wartet man bei mir in der Regel nicht. Ja, an den Vormittagen habe ich dann zum Beispiel oft Zeit, sodass ich dich sehr gut unterbringen kann. Im August habe ich zum Beispiel sehr viel Zeit, also da könnt ihr euch sehr gerne melden, weil da habe ich Sommerferien. Ja, wir Lehrer haben Sommerferien. Ja, wir, also ich bin ja Coach und ich bin ja auch Musikcoach für Gesang und für Klavier und ich unterrichte viele kreative, lustige, süße Kinder, die offen sind für das Leben und nicht ganz so verbohrt. Und wir Musikschullehrer, ich bin halt an der Musikschule gerade so, wir Musikschullehrer, wir haben Ferien ohne haufenweise Klassenarbeiten korrigieren zu müssen, sondern ich habe richtig frei. Genau, also vielleicht triggere ich jetzt hier und nein, Quark, ich meine das natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Alles, was du hier siehst auf dem Kanal, mein Coaching, aber auch meine musikalische Tätigkeit, das biete ich auch an. Also einmal die Beratung, wie ich schon eingangs erwähnt habe, aber ich biete auch Gesangs- und Klavierunterricht an. Also da könnt ihr euch einfach frei fühlen. Du kannst auch so mal mir schreiben per Mail und sagen, ob dich mein Kanal berührt hat oder wie auch immer. Also da freue ich mich immer über euch. Genau. Wir machen jetzt folgendes. Noch eine Frage zum Umfeld. Die Sonne. Also das heißt, es ist halb so wild. Du hast einfach sehr viele Menschen im Umfeld, aber was mir reinkommt, und das ist jetzt intuitiv, das sind alles sehr gute Menschen. Das sind jetzt keine, weißt du, du hast jetzt keine Menschen im Umfeld, die irgendwie dir was Böses wollen. Sie haben eigentlich Probleme, vielleicht was das Problem ist, sie haben einfach mit sich Themen gerade. Und den Schuh musst du dir nicht anziehen, aber sie meint es nicht böse. Das ist vielleicht etwas ganz Wichtiges, was wir im Hinterkopf behalten dürfen. Das bedeutet, sollte sich jemand getriggert fühlen in irgendeiner Art und Weise. Und das irgendwie auf dich abwälzen, wie auch immer. Dir sagen, ach, wieso ziehst du das und das an? Das kann man doch so nicht tragen. Na ja, hast du ein Problem mit deiner Garderobe? Es ist doch einfach meine. Lass es auch an dir abbrellen. Das ist nicht dein Problem damit. Das ist so, die Person hat das Problem damit. Irgendwie ist es nicht deins. Also wenn du da so cool bleibst, kannst du gerne. Also ich sag mal, dir droht jetzt hier keine Gefahr vom Umfeld. Das sind alles sehr positive Menschen. Allerdings gerade vielleicht auch in einem Prozess. Okay? Also das ist manchmal, kommt sowas dann auch komisch bei uns an. Aber es ist jetzt nicht so, weil die Leute bösartig sind. Nein, sind sie nicht. Einfach, dass man sich das im Hinterkopf behält und nicht so bitter wird, weil man wenig Unterstützung kriegt und auch nicht irgendwie sowas. Was ist denn deine Energie? Das ist jetzt sehr wichtig. Weil wenn ich jetzt sehe, dass das Umfeld so ein bisschen komisch reagiert, was strahlen wir denn hier aus? Also hier brodelt eine große Kraft unter der Oberfläche und das spüren die anderen. Die anderen spüren einfach sehr viel Feuer. Feuer, vielleicht eine versteckte sexuelle Kraft. Eine versteckte Wut kann das hier mit der Kraft auf dem Kopf auch sein. Das ist etwas, was Leute spüren. Und es ist auch eine große Power, auch Macht. Also das ist hier auch die Kraft. Das ist jetzt schon mal. Die Frau, die bändigt den Löwen und zwar mit Sanftmut. Also sie tötet ihn nicht. Sie ist da sehr sanftmütig. Durch Frieden werden einfach machtvolle Kräfte. Der Löwe steht ja für das Königreich, für Macht irgendwo, der König der Tiere. Also hier wird auf jeden Fall, was mir auch reinkommt, krass, so eine ancient, ancient, mein Ge-Channel, Entschuldigung. Manchmal muss ich auch die Worte finden. Eine Energie ist hier, die sehr, sehr alt ist. Altes Ägypten, altes Rom. Der Löwe repräsentiert für mich, und das sind intuitive Botschaften, ja? Also das steht hier so, vielleicht nicht in einem klassischen Tarotbuch, sage ich mal. Aber das sind jetzt intuitive Botschaften. Der Löwe hier repräsentiert für mich sehr stark, sehr, sehr alte Energien. Entweder ihr seid sehr alte Seelen, die sehr, sehr viele Leben durchlebt haben. Oder vielleicht schauen hier auch tatsächlich Menschen zu, die vielleicht früher sogar in irgendeiner Art und Weise in einer früheren Inkarnation Könige waren, ja? Oder sonst wie Klerus oder einfach in einer höheren Machtposition. Und das ist so eine Aura, die ihr hier mitgebracht habt. Und das triggert natürlich jeden, der vielleicht nur kleinere Leben gelebt hat. Was nicht bedeutet, dass ein kleines Leben, was man vielleicht früher gelebt hat oder mehrere Leben, weniger wert ist. Alles, was wir erfahren, was wir durchleben, ist Weisheit, ja? Person XYZ wird niemals dieselbe Weisheit irgendwo haben. Oder es ist vielleicht eine sehr entwickelte Person. Aber wenn, also ich finde einfach, man kann auch von jedem Menschen was lernen. Das ist ja auch gerne meine Aussage, die ich tätige so hier auf meinem Kanal. Ganz oft haben wir Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Das ist ein Thema vom definierten Gehzentrum sehr oft. Das hat Vor- und Nachteile, genauso wie das undefinierte Gehzentrum wirklich Vor- und Nachteile hat. Also wir sagen im Human Design zum Beispiel nicht, dass irgendwas besser oder schlechter ist. Das kann ich auch bestätigen. Aber zum Beispiel jemand, der sehr, sehr stabil ist, was ein Vorteil ist in seiner Lebensvorstellung, in seinem Leben, ist oft auch nicht so offen. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist auch das, was die Lehre sagt, aber auch was ich persönlich weiß und erfahren habe. Ich habe ein komplett offenes Gehzentrum. Ich bin hier, um darin zum Beispiel weise zu werden in diesen ganzen Sachen Richtung Liebe. Wenn wir offener sind für die Erfahrung anderer Menschen und offen sind zum Lernen und uns aber sagen, ich muss ja nicht auf den Pfad von jemand anderem gehen, aber ich kann ja offen sein, ich werde doch gar nicht reingezogen. Ich muss mich ja nicht manipulieren lassen, sondern nur offen und zuhören. Dieses Zuhören ist halt so wichtig. Manchmal ist Zuhören wichtiger als Reden. Und hier können wir sehr, sehr viel lernen. Diese, vielleicht hast du auch eine Manifesto-Aura. Also den Manifestoren sagt man nach, dass sie zum Beispiel der älteste Human Design Typ sind. Also mir kommt sehr viel über Human Design rein. Gerade die Manifestoren, die zum Beispiel emotional definiert sind. Ich bin emotional definiert. Wir tragen Emotionen in die Welt. Wenn in uns etwas unaufgeräumt ist, Wut ist, dann kann es schon sein, dass emotional offene Menschen darauf reagieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Manifestoren auch wirklich nur dann rausgehen, wenn wir fühlen, dass wir einladen sollen, dass wir rausgehen sollen. Weil sonst triggern wir echt den Shit aus anderen Personen raus. Das kann es sein. Also das muss aber nicht. Zum Beispiel, wir produzieren ja auch als emotional definierte Manifestoren zum Beispiel oder allgemein Typen emotional definiert. Das müsst ihr jetzt auch nicht alles verstehen. Ihr könnt Human Design Googlen. Gleich geht es wieder in die Karten. Also ich werde jetzt nicht zu viel darüber reden. Es fließt halt sehr stark mit ein und es ist halt weise genutzt. Ein wunderbares Tool des Human Design. Weise genutzt. Die Betonung ist immer auf weise genutzt und nicht einfach so randomly. Also ich als Manifestoren, die emotional definiert sind, wenn ich Bock habe, dann gehe ich raus und party on. Und jeder ist in einer super Stimmung, jeder kann manifestieren, Generatoren manifestieren für sich dann auch, wenn ich dazu die Energie mache. Und das ist natürlich so eine Kraft, die andere vielleicht triggert. Und das sehe ich. Das ist eure Energie. Was noch? Ja, vieles ist noch unbewusst. Ihr zeigt, glaube ich, eure volle Größe nicht. Das kann es auch noch hier sein. Was haben wir hier noch? Ich möchte noch Klärungskarten dazu. Also kann sein, dass ihr Menschen triggert im Arbeitsumfeld. Aber ihr seid in einer sehr friedlichen Energie und ihr schafft Werte und ihr habt eine Energie, die Dinge voranbringt. Dadurch, dass vielleicht den einen oder anderen eine Energie getriggert wird. Was nicht euer Problem ist. Das ist halt das, was mir reinkommt. In welchem Bereich kannst du denn auf positive Freunde, Hilfe und so weiter hoffen? In der Einsamkeit. Na super. Mittelfinger raus. Ja, das ist halt das große Problem. Also leider im August sehe ich, dass sich doch viele Menschen vielleicht von euch zurückziehen werden, weil das nicht matcht so richtig. Was denken denn andere über uns, über euch? Dass ihr Werte schafft. Dass ihr was wert seid. Das ist halt Werte. Das ist halt hier Münze. Dass ihr Neuanfänge wertvolle Neuanfänge erschaffen könnt. Ach, noch was zum Magier. Wenn dir das nicht reicht und du sagst, nee, ich möchte nicht im stillen Kämmerlein ständig sein. Ich möchte schon gerne auch Soulmates kennenlernen, meine Seelenfamilie um mich herum haben, Unterstützung bekommen. Dann musst du das initiieren und zwar spüren, wer braucht meine Hilfe und wer kann mir dafür auch helfen und mich unterstützen. Vielleicht sollt ihr auch oder wir auch ein neues Umfeld aktiv suchen und manifestieren und initiieren. Was denken Leute noch? Also viele denken, dass ihr so wertvolle Einzelgänger seid, die sehr viele Werte schaffen, gerade monetär. Und ich glaube, das ist halt auch gerade für viele hier im beruflichen Bereich. Aber dass ihr vielleicht auch echt so ein bisschen Einzelgänger mäßig seid und euch zurückzieht. Und wenn du das nicht aktiv tust, dann ist es deine Energie, die das irgendwie macht. Ja, was ist denn jetzt für die Menschen, die schon ihre Seelenfamilie unbedingt gerne haben möchten im August? Wenn du jetzt losgehst und zum Beispiel das selbst initiierst, nehme ich mir jetzt mal, wenn ihr echt aktiv nach euren Leuten sucht. Klappt das gut im August? Ja, absolut. Sehen, der Pentacles hier, der, 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 der Sach schon, der Coins, der Münzen. Ja, ja. Und zwar Leute, die dieselben Werte haben wie Dude. Kann sein, dass es im August noch nicht der Fall sein wird. Wir haben die Karte hier auf dem Kopf. Schauen wir mal, wenn ich das Deck umdrehe, ob dann immer noch Karten auf den Kopf kommen. Also die Karten, die kommen so raus, wie sie sollen. Ja, ich habe auch schon mal das Deck dreimal umgedreht und die sind dann immer noch so rausgekommen, wie sie wollten. Ja, also das heißt, das Tarot, wenn Spirit uns was sagen möchte, dann wird es was sagen. Ihr werdet es auch bemerken. Ich habe euch unten in die Infobox ein Video reingepackt, wo ich... Ich habe auch schon das Lied vom Musikorakel gezogen im Video davor. Das tue ich euch in die... Also unten einfach in die Videobeschreibung. Weil da könnt ihr genau schauen, welches Lied ich singen werde im zweiten Video. Ich rate dazu, das Video anzuschauen, weil du wirst dich wundern, dass das Orakel passt extrem zum Lied. Das ist... Da habe ich euch eine Karte gezogen einfach. Also für die, die sich dafür interessieren. Okay. Also wenn die Karten was sagen wollen, sie werden es uns sagen. Ja, ja. Also das können... Ihr könnt Leute hier manifestieren, die extreme Werte in euer Leben bringen. Und wo wirklich Geben und Nehmen so dermaßen auf einem hohen Niveau ist, dass du dich umgucken wirst. Wahrscheinlich wirst du sogar finanziell, werdet ihr entweder zusammenarbeiten oder eine Ehe, eine Verbindung eingehen, die sogar Werte und Geld vermehrt. Und jetzt sage ich euch etwas und es ist mir egal, ob sich jetzt jemand getriggert fühlt oder nicht. Verschwende deine Zeit nicht mit Losern. Ob jetzt in freundschaftlich oder in Beziehungen. Okay? Weil ihr seid einfach... Das müsst ihr euch nicht geben. Aber ich trinke ja niemanden, denn es ist ja dein Orakel. Und es ist ja für euch dieses Orakel. Ne? Ich zeig euch mal kurz die Karten. Einfach damit ihr so ein bisschen die Karten seht. Ne? Alles schön live gemischt für euch. So gucken wir mal. Hier sind so die ganzen Karten, die ich jetzt hier für euch so gezogen habe. Ja. Und jetzt ziehe ich euch noch so ein paar Highlights. Einfach mal, was wird denn so privat sein? Gibt es denn vielleicht irgendwie liebestechnisch bestimmte Dinge, die das Tarot uns sagen möchte? Ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist, ob ihr jetzt in einer Partnerschaft seid oder Single, spielt jetzt erstmal hier nicht so die Rolle. Ich möchte gerne die Energien anschauen. Highlights. Drei Karten für eure Highlights. Auch was dürft ihr und könnt ihr euch freuen im August. Und wie sieht es in der Liebe aus? Die Highlights. Erstes Highlight. Ja, finanzielle Sicherheit wird sich einstellen. Oder ihr werdet für die Leute, die Geld sparen möchten, werden auf ein sicheres Fundament kommen. Aber hier ist doch so Sparsamkeit auch sehr. Wahrscheinlich werdet ihr euer Geld jetzt nicht in vollen Händen ausgeben, sage ich jetzt mal. Sondern das ist mehr so eine sparsame Energie. Aber ihr haltet das Geld zusammen. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu zwanghaft, auch die Energie hier. Vielleicht auch seid ihr ängstlich. Das kann auch sein, dass man ängstlich ist und vielleicht irgendwie nicht so sehr auf Leute zugeht, auf potenzielle Partner in der Liebe. Das müsst ihr mal für euch prüfen, ob ihr vielleicht nicht zu starr seid in manchen Dingen. Das ist noch so die Schattenseite der Karte 4 der Münzen. Ihr seid sehr kreativ, sehr medial. Ihr habt sehr intuitive Fähigkeiten. Wenn ihr euch weiterbilden möchtet in der Spiritualität oder in der Kunst, dann könnt ihr das sehr, sehr gut tun im August. Ihr habt auch eine sehr schöne, weiche, emotionale, verständnisvolle Ausstrahlung. Die Frauen haben auch etwas sehr Schönes, sehr Weibliches. Vielleicht werden manche von euch sich die Haare blond tönen oder sonst irgendwas kann sein. Oder sonst die Weiblichkeit unterstreichen. Das hat mit der Haarfarbe jetzt nichts zu tun. Aber einfach so eine weibliche, softe Seite mehr rausholen. Und das ist wunderschön. Also du wirst auch ein bisschen verletzlicher vielleicht. Aber das ist schön, weil das ist so die Seele heilt hier bei dieser Karte. Für die Männer kann es gut sein, dass du so eine Frau kennenlernst oder weiter mit ihr Kontakt hast. Oder tolle Herren sich bei mir melden. Ich bin Fische und Single. Toll, super. Wie blöd ist das sein, seinen Kanal als kleine Single-Börse zu nutzen. Wenn du Single bist, männlich oder weiblich, dann schreibt euch in die Kommentare. Dann kann man ja in den Kommentaren sich dann weiter unterhalten. Also jetzt nicht unbedingt mit mir, sondern so untereinander. Und ihr seht schon, wozu schon wieder so ein YouTube-Kanal gut ist. Ihr überlegt euch. Wir überlegen uns hier, in welche Richtung und wie schnell oder wie langsam wir uns entwickeln wollen oder wohin wir fahren möchten. Kann sein, dass hier auch eine Fahrt übers Meer oder ans Meer im Rahmen der Möglichkeiten ist. Das sind die Highlights. Viele werden auch irgendwie doch noch ans Meer kommen, ob du nun was gebucht hast oder nicht für dich. Also irgendwie eine Bewegung ans Wasser. Vielleicht werdet ihr auch viel am heimischen See herumhängen und merken, auch daheim ist es aber auch schön. Man muss sich einfach öfter mal entspannen. Und dann hat man auch ein Urlaubsgefühl. Okay, was ist denn jetzt mit der Amore? Liebe. Drei Karten. Ihr kommt auf ein höheres Niveau. Also das heißt, ihr werdet wissen, was will ich in der Liebe. Und du wirst auch nicht zurückstecken, so nach dem Motto, du wirst keine faulen Kompromisse in der Liebe hier machen. Denn du weißt genau, was du willst. Und einiges von deinen Ansprüchen, von deinen Standards. Eine Frau braucht Standards. Heutzutage, die Männer sind ja Prinzessin Lillifeet. Das sind ja keine Männer. Also das heißt, wenn man dem Mann beibringt, bis hier noch nicht weiter, ich will das so und so haben, dann wird er das schon machen. Oder wenn es keiner macht. Das ist halt die Frage, was man will. Möchte man runterstufen von dem, was man eigentlich will? Oder die Frage ist, wie viele Nerven hat man für den falschen Mann? Ich habe keine mehr. Aber jeder muss das halt selber für sich wissen. Okay, was noch? Viele Flirts, viele Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Ja, total schön. Also du wirst viele tolle Menschen kennenlernen. Und auch irgendwo Menschen, die dir das Wasser reichen. Und das ist wunderbar. Das wünsche ich euch. Wünsche ich uns. Ja, was noch? Und das Gute ist, du wirst genau wissen, wo du schauen sollst nach einem potenziellen Partner, weil du die Weisheit hast. Und wenn niemand Richtiges dabei ist, bist du auch voll, ich sag mal, okay damit, auch die Zeit mal mit dir selbst zu verbringen. Das wird euch leichter fallen. Und wenn du dich in deinem Leben bringen, dann geht es dir finanziell besser. Ja, wahrscheinlich geht es auch für viele darum, dass sie die Komfortzone auch mal verlassen. Ja, aber nicht unbedingt, du kannst ja auch Schritt für Schritt. Und ich gehe nochmal zum Thema Urlaub und Wasser und Baggersee und Meer und was auch immer das Gewässer ist, wo du planschen darfst, dann im August. Vorausgesetzt, wir haben tolles Wetter. Ich hoffe es, jetzt im Juli ist das natürlich proppe warm hier. Auf jeden Fall in Bayern ist es eine Hitzewelle. Wir dürfen ja auch mal mit einem großen Zeh mal spüren, ob das Wasser unsere Temperatur hat. Und viele Menschen haben Angst davor, direkt ins kalte Wasser zu springen, sondern gehen langsam in das kalte Wasser rein. Und der Körper gewöhnt sich da dran. Ja, also kleine Schritte sind ja auch erwünscht im übertragenen Sinne, wenn es zum Beispiel um deine Komfortzone, wie auch immer, was auch immer geht. Das ist wichtig. Wenn wir das nicht machen und uns von irgendwelchen Leuten, die uns gar nicht so richtig weiterbringen, Ihr Lieben, es gibt Leute, die wollen uns einfach nicht weiterbringen. Die sind da entweder ängstlich und wollen nicht, dass du fliegst oder so. Das sind denen ihre Themen. Wie ich schon gesagt habe, das sind halt denen ihre Themen, das ist nicht unser Thema. Wenn wir die Komfortzone hierbei nicht verlassen, das darf für jeden was anderes sein, dann werden wir stabil sein, finanziell aber so ein bisschen so ganz normal. So wie Otto normalverbraucher sein Gehalt kriegt, seine Rechnung zahlt und wie viel ist übrig am Ende des Monats. So viel wie halt übrig ist, je nachdem wie du arbeitest, in welcher Branche, ob selbstständig, angestellt. Das ist ja für jeden was anderes. Danke ihr Lieben. Das war der Monat August. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Wir sollen halt viel, wir müssen uns halt weiter bewegen. Ganz wichtig, kommt mir hier auch noch rein. Wir sollen uns weiter bewegen. Und dann finden wir schon unseren Tribe und unser Ufer, wo wir auch hingehören sozusagen. Das ist das, was ich sehe. Herzlichen Dank. Danke fürs Liken, Teilen, fürs Abonnieren von meinem Kanal. Ich habe euch also auch noch eine Songbotschaft gezogen. Die gibt es dann im zweiten Teil live gesungen für euch. Und am Ende, wenn ich das Lied gesungen habe, interpretiert den Text. Du kannst auch mal schauen und spüren, was das Lied mit dir macht, was du fühlst und empfindest, wenn du dieses Lied hörst, was ich singen werde von Herzen für dich. Vielen Dank für eure Kommentare. Euer Teilen der Videos ist ganz wichtig. Dann weiß auch YouTube, Leute mögen das und schauen das. Euer Like ist ganz, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank. Mich interessiert, was das mit dir gemacht hat, dieses Orakeljahr. Wie es resoniert und so weiter. Lass es dir gut gehen unbedingt. Lasst euch die Sonne auf den Pelz scheinen unbedingt. Ich wünsche euch ganz viel Zeit, ganz viel Ressourcen, ganz viel Fülle für den Monat August. Und dass ihr euch traut, aus der Komfortzone rauszugehen und so weiter. So wie wir eingangs, so wie das hier quasi sich gezeigt hat, in dem Orakel. Was noch? Ja, wenn du mich persönlich brauchst, ich schaue in die Karten bei allen Themen rein, dann schreibst du mir bitte eine E-Mail, wie ich jetzt auch schon gemeint habe im Laufe des Videos. Und so, das ist noch keine Bestellung. Das ist einfach nur erstmal nur eine Unterhaltung miteinander. Und dann kannst du mir auch ein bisschen sagen, um was es geht. Und wir schauen, wie wir da zusammenkommen. Ich habe euch lieb. Vielen Dank. Und lasst es euch gut gehen. Die Michelle. Ciao. Ciao.